ja ihr seht im hintergrund red ist schon gehypt wir spielen heute zusammen oh warte mal ich muss noch einen weihnachtlichen gleiter ausrüsten ach stimmt ich hab ja wir haben ein bisschen weihnachtliche skins weil es bald weihnachten mit den grill den her gute wie heißt das bei euch mini 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 agi art tor dieser dieser lebe oder wie hast du den grad genannt lebkuchen lebe kuchen stimmt aber davor was hast du davor gesagt das stimmt mit dem internet ja wohl ganz und gar nicht oder überhaupt nicht irgendwie aber es ist weihnachtlich und das war die challenge ist das heute die weihnacht wir müssen artig sein was ist das wir müssen artig ich sag's dir wir müssen artig sein er so weil da eine p90 also ich gebe 200 metz aus um diese scheiß scar zu kaufen und dann weißt du was aus dem automaten rauskommt was ist gerade passiert und eine blaue scar ist auch mein ding ist explodiert wie dein ding ist explodiert ich habe nur acht schild bekommen das war so ein großer nein du darfst nicht 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 dein inventar wechseln dabei so kannst mittlerweile währenddessen du dich hier laufen ja so könnte man auch schon das letzte mal gespielt haben aber der du darfst nicht vergessen dein dein der große bin ich bin ich gesprintet digga genau du darfst nicht sprinten so sondern es ging ins aufguck alle nein wo bist du digga wo rennst du hin digga eigentlich in die farm digga da sind keine leute digga ich bin ready oh ich habe ihn gewonnen jetzt mit headshot pump digga ja ja aber die sind noch mehr gegner die sind da unten und ich sehe sie ich sehe sie ich sehe sie ja habe einen genockt du hast beide gekillt digga du bist es einfach der almighty power machine digga ja natürlich der ist genau über uns ach warte mal die kommen ja hier rein warte kommen wahrscheinlich hier runter gefallen die kommen hier runter gefallen meinst du wir locken die und dann waschen wir sie ne ich hol mir ich will meinen grabber holen achso ich bin gar nicht im Tresor drin jetzt aber die denken wir sind im Tresor und sind safe ich tue mal ein paar chests aufmachen wir loosen hier aber schon ein bisschen das ist die denken wir sind hier drin halten ich hab mir zugebaut ne heal cannon grabber ein neuer und biggys liegen hier ich hab grad fände über mich komm mal rein hier komm mal rein ja komm rein hinter uns ist ein auto hinter uns also jannik du bist wahrscheinlich kanonfutter die bauen du die haben das aber nicht gesehen die bauen drum Sachen ab wieso möchtest du denn auf der anderen sein ich hab mal das Team gekillt ach das was du da geschossen hast warte da im Wasser ist halt einer ne das bin ich nein ne da vorne ist das einer von denen der gekommen ist ne 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 das war auch noch einer von den anderen lass den kommen lass den kommen bau dich zu bau dich in ne box bau dich in ne box ach du bauen 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 ja nix ne boah ich hab dem 8 handy gegeben ich muss mich kurz zielen ich muss mich kurz zielen ne ruhig ist das ganz kurz ich bin drin in die box er hatte ne heavy doch irgendwie hier ja hier guck mal ne heavy so krank ich bin so schlecht im spiel ja ich brauch keines ja ich brauch kein Problem gleich ein alter ey läuft bei dir ne die sind mal nicht er hat ne jacht noch gefaucht ja zum klub gleich da vorne ist ein lami lol oh das waren doch gute Zeiten wo das noch cool war doch geil die sind ja dann irgendwann einfach weggerannt die Viecher ne stimmt ist das nicht mehr so ne warte ich muss kurz anhalten ich muss gucken ob mein Inventar hat es falsch rum sortiert warte kurz achso achso ne guck mal wie wir hüpfen oh alles zu sehen jo Digga er baut wieder ne halbe Villa oh scheiße ich bin tot ne ne lass uns durchziehen durchziehen ich bin wonit achso oh lol hast du zufälligerweise Medi-Kids ne dann machen wir das anders ui wenn ihr holzt wohl hier ja wirklich guck mal da vorne ist noch voller Loot Digga da ist noch mit Metz und nur die Loll 忙 du für die Gegner achso hier ich gehört hier habe die Gegner hier komm noch mehr oh lol oh Gott achso das bist du du gehst doch nicht auf mich oh was der kann kann ich nämlich schon lange Oh mein Gott Ich hab ein, zwei genockt, aber ich bekomme gerade übel Scheiße, da kam noch ein Team Digga, da waren übel viele Ich weiß, da kommen gerade alle Ich bin ehrlich, ich bin nicht mehr so gut Ach, du lebst ja noch, hä, wieso Ey, ich leb noch Mach hier wieder den A-Leinunterhalter, Junge Ja, ja, machst du das Und ich schau zu und Keine Ahnung, Fieber mit Aber ich war komplett überfordert, wirklich Ich hab's richtig gemerkt Ich kann ja gar nichts mehr im Vergleich zu denen Einer weniger Let's go Oh nein, jetzt noch du gegen du Let's go Was? Hä? Ja, bestem Welt, Alter Let's go Erste Runde einfach siegen Das gibt's hier nicht Krass, Junge Ich hab sogar einen Kronensieg geholt 12 Ks, Junge Ich war nie weg So, okay, Aufnahme bandit Wir haben eine Runde gewonnen Und einer geht unten rein Ich hab Stein bekommen Und eine Pumpgun Nein, was? Ich kann, what? Ja, Digga, GG, was willst du machen, Digga? Ich hab keine AR Oh, Loll, Digga Er hat mich gekillt, Digga Mit dem Scheiß C4, Digga Oh, ich hab ihn noch weit geschossen Craggy Glyphs Crag... Craggy Glyphs Craggy Glyphs Crag... Egal Nein, mach's nicht Warte noch kurz Wasser hat mich abgebrochen, geil Alter, war das auch von dir? Das Auto ist noch explodiert Weil das Auto kaputt ist auch Hast du Minis dabei? Ja, einen einfach, aber... Ja, ich hab auch noch einen Mini Wenn du herkommst, dann... Hier ist eine Blue Tag für dich, wenn du magst Oh, ja, ich komm Alter Crazy, ich hab nur Glycke playt Ja Ne, die Blaue macht gar nicht 101 Die macht 78, wie ich grad gesehen hab Da vorne schwimmt in sein Matesafe Ja Ja Schieß mal auf, bitte Ja, schön Schau mal STRG Danke Ich glaube, sie müssen so einen Burnout machen Oh, lol, eine Boogie Bomb Hier vorne sind diese Snoop Dog Autos Da können wir umsteigen Guck mal hier Bogie gut Lowrider Was war das? Was war das? Ich schieß das Scheiß geschützt nach mir, Digger What the fuck? Wie viel auch? Guck mal, ich hab 55 AP Alter Hat mir 45 gemacht, Digger What the fuck? Müssen's dort nochmal einmischen, Digger Ich schieß die ganze Zeit einer RPG Ja, da müssen wir aufpassen Schieß mal weiter auf den Fisch Schieß mal weiter auf den Fisch, der ist da unten grad auf Open Field Schieß mal weiter auf den Fisch, der ist da unten grad auf Open Field Boah Wo bist du, Yannick? Unten, hier, direkt unter dir Digger, der pusht mich In dem Raum hier Ja, der pusht Oh, komm, ich heal, komm, ich heal, der dreift's vielleicht noch Die Zone kommt, wir müssen uns beeilen Jo Die hat nen Trampo Digga, ich krieg schon wieder diese Scheiß von mir gar nicht Ach du, hab's messen Ich geb mir schnell den Chucky heal Oh, Digger Bau doch nicht die Wand ab, die noch fast neu ist, Digger Bau doch die ab, die quasi kaputt ist, Digger Bau doch die ab, die quasi kaputt ist, Digger Und, Alter, Rocket Launcher Ich nehm Rocket Launcher, bin ich gar nicht so gut snipen Oh, da wird gesnipet mit Heavy, Achtung Warte Will ich ne Heal kennen, Digger Ich glaub, vielleicht nehmen die doch mit, jetzt Wenn du irgendwie Boah, Digger, er winnt hier diese Station, Digger Hier bin ich so oft gelassen Dort vorne ist ein Gegner Hat der nach mir geschnipt? Also nicht schießen, Digger Der bleibt bestimmt gleich stehen zum snipen, Digger Dann geb ich dem Headshot Geh mal hier rechts, wir gehen mal hier rechts über den Berg, Digger Dass er uns nicht sieht Boah, das sind zwei Ja, chill, chill, nicht dort open field stehen, Digger Komm mal her, bitte, komm mal her, bitte Die Backup, Digger Ich hau ab, Digger Ne, wieso haust du dir nach? Ich hab den einen übel weggelasert, Digger Und der andere snipe jetzt nach mir Hilfe, Rett Au, 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 Au Ich bin abgehauen Ich kann jetzt nach dem anderen snipen, Digger Oh, jetzt snipe der nach mir, Digger Ja, und der andere pusht mich jetzt Er hat mich geheadshotts, Digger Der pusht dich jetzt, der pusht dich, der pusht dich Finish ihn, finish ihn Der pusht dich, der ist bei dir dort Dort kommt er, dort kommt er Er springt, äh, sein Oh, nein, Janek, bitte That's right Nein, oh Oh, mein Gott Das ist so dumm, Digger, dass der mich geheadshott hat, Digger Nein, er hat nur noch 68 Leben Den anderen habe ich so easy weggeholt, Mann Leute, auf jeden Fall Das war's mit dieser kleinen Traum der Fortnite Also, wenn's euch gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo da Schaut bei Rett vorbei Wenn ihr's bei Rett schaut, schaut bei mir vorbei Ich wünsche euch Schönen Tag, Digger Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Rett Tschüssi Oh Gott, du warst übelübersteuer, man hat dich nicht mehr gehört, Janek Soll ich nochmal Tschüssi sagen? Haut rein Ciao, ciao Tschüssi Hehehe Hehehe Hehehe